DUDUDU Gar keiner hier, da auch da hin Moin, alles fit? Mal dein Paket testen. Ach, will nicht. Vielleicht sind deine Nüsse auch zu hart. So, ich frage mich allerdings hier, wo da wohl das Munitionslager ist. Na ja, ist auch egal. Ich vermute, das ist... Ja, jetzt haben sie alle Hunger. Großartig. Jawoll! Ja, der hat wohl gerade einen in den Sodaplexus gekriegt. Und was geht bei dir? Ach, der hat auch Stahlnässe. Ja, manche russische Leute haben eine Nüsse aus Stahl. Aus altes sowjetisches Stahl. Egal. Es reimt sich sogar. Komm, einmal noch. Der salutiert nicht mal vor mir. Ist das nicht ein Schwein? Wie kannst du es wagen? Du bist so wagen. Spricht da gerade dein Ding da unten, was irgendwie auch aus Stahl zu sein scheint. Ah. Moin. All diese Stahlarbeiter. Na ja, machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Haben wir jetzt nicht lang genug rumgespielt. Hauptflügel, so. Da müsste das hier jetzt ja der Hall sein, wo wir... ...den Shagorot finden. Auch alles mit Soldaten hier zugepflastert. Da können wir nicht rein. Haben wohl nicht mal wir Zutritt. Die haben Probleme wohl, ihre Hand... ...mit allen Fingern gerade zu halten. Das sieht eher aus, als ob die uns gerade einen Vogel zeigen. Wenn sie da salutieren. So. Was sagt denn der Major hierzu? Achso. Ihnen ist egal, dass wir gerade vorm Shagorot stehen. Wenn Sie wollen, warum nicht versuchen, Sie zu den Soldaten und Wissenschaftler zu saluten. Nicht über Räikkhoff. Niemand wird ihn in der Locker finden. Aber wenn sie ihn finden, wird dein Schagor nicht sinnvoll. Du wirst nicht in die West-Wing kommen, und deine Mission wird eine Verlust. So, was du tun hast, ist nicht die Locker mit Räikkhoff. Natürlich, wenn sie den finden, dann ist unsere Mission auch im Arsch. Also drei Methoden, wo wir... ...wo das Ganze in den Bach runtergehen kann. Naja. Eigentlich das offensichtlichste vergessen. So, West-Wing Corridor. Ja, da sind wir doch richtig. Ich kann jetzt hier einen Blick nach draußen werfen. Auf diesen Platz hier, wo die ganzen Panzer gelagert sind. Und, weiß nicht, ist da irgendwo... ...da hinten, auf der anderen Seite. Ah, da sehe ich die Tür. Da ist der... Da ist wahrscheinlich die Waffenkammer für Munition und so. Ja, da werde ich jetzt aber nicht hingehen. Vor allen Dingen, da unten ist es gefährlich. Da unten schläft einer von den Hunden, die uns enttarnen könnten. Und außerdem sind wir hier so kurz vorm Ziel. Moin. Ich möchte einmal gerne durch. Ist doch kein Problem für euch, oder? Nee. Mensch, da sind wir drin. Das ist ja einfach. Oh, ist das... Ist das eine gute Idee hier? Snake? Hier ist es. Sokolov. Er lebt. Mit wem spricht... Was ist das eigentlich mit diesem Lippenstift? Ich weiß nichts, ich versuche es. Niemand, aber der Körner, der weiß, ob das Lippenstift. Ich sehe. Angst, dass da eine Waffe drin ist. Weil wenn dieser Lippenstift irgendwie tödliches Gift versprüht, dann müsste sie ja davon jetzt sterben, oder? Oh, das war jetzt keine Bewachung hier. Na, ran. Scheiße. Scheiße. Die finalen Präparations für Phase 2 are complete. So, Glov, what exactly is Phase 2? To put it in technical terms, it's a composite range extension system for medium range ballistic missiles. Äh, und für den Laien ausgedrückt, heißt das. The Shagohod was originally designed as a tank that could launch nuclear missiles from any type of terrain. There was just one problem we couldn't figure out how to solve. The ICBMs we have today are simply too big for the Shagohod to carry. But the military would not hear of it. They demanded a weapon that could launch a nuclear missile directly into the American homeland. That is when I came up with the idea for phase 2. But there's no way you could load an ICBM onto the Shagohod. So how do you do it? By accelerating the Shagohod itself. Accelerating it? Schleining? In Phase 2, a rocket booster unit is attached to the frame of the Shagohod. The unit incorporates the same technology used in the Vostok rocket that sent Major Gagarin into space. Using this booster, the Shagohod can achieve a land speed of over 300 miles per hour. Yes. That monster can go more than 300 miles per hour. Yes. And from this state of accelerated motion it launches a nuclear missile. Oh, I understand. So, the Shagohod acts like the first stage of a rocket. Yes, precisely. The range of the missile launched by the Shagohod thus increases from 2500 miles to 6000 miles. 6000 miles. That's enough to strike anywhere in the United States. Not only that, with the Shagohod, there's no need to construct giant silos like the ones used to house ICBMs. All you need is a runway about 3 miles in length, or its equivalent. And you can launch a thermonuclear strike against any location in the United States from anywhere in the Soviet Union. It cannot be detected by spy planes or satellites. It's a mobile fortress, capable of deploying in secret and launching its payload at any time. A weapon from hell. No problem. A complete prototype sits in the hangar. At present it is the only one of its kind. Aber Volken will sie massproduzieren, basiert auf diesen Prototypen. Und sie über die Sowjetunion über die Sowjetunion? Ja. Und das ist nicht das Ende. Er wird sie in die Europäische Europäische, in die Asien, in alle Länder des Blocs. Ansonsten, er will sie benutzen die Schagauhardt als Bait, um die Städte zu ermitteln gegen die Diktatoren, die Ethnische Insurgenten und die Revolutionäre Gruppen, in der Third World. Seine Finanzen sind ungefähr nicht limitlos. Er kann morgen morgen starten produzieren, wenn er will. Der Grund, dass die Städte zwischen Süd und Süd und Süd sind in eine frische Krieg sind, ist, dass jede Seite Angst die andere Macht. Die Deterrenz. Die Idee, um die Schagauhardt zu halten, um die Schagau zu halten, ist die perfekte Worte, um diese Städte zu machen. Aber die Schagauhardt geht weit über die Schagauhardt. Es wird das Konzept der Deterrenz wirklich sinnvoll machen. Wenn so eine Worte auf der Welt entleert wird, wird es nicht lange dauern, bevor alle Länder in Konflikt sind. Die Kälte Krieg wird enden, und der gesamte Planeten wird durch die Kriege verwendet. Oder, Volkin, und der Schagauhardt, werden wir im Zentrum von allem. Ja, mit Russland als die Supermacht überhaupt, oder die Sowjetunion und viel mehr. Nein, es ist nicht zu lange. Was bedeutet das? Wir haben noch eine Chance. Alles, was wir machen müssen, ist, zerstören die Prototypen und die gesamte Facilität, bevor sie ihn massproduzieren können. Aber... Just tell me what I need to do to destroy this place. Hm... Alright. The liquid fuel used in the rocket engine is stored in a tank. If you can blow it up somehow. Some C3 ought to be enough to blow the entire hangar to smithereens. C3? You mean that cutting edge plastic explosive? It could be molded into any shape. Bob, the future. Where can I get it? There was some in the armory here, but it's gone now. It was stolen by a female spy, who was here a minute ago. Eva? No, that's not her name. Her name is Tatjana. She made her way in here by becoming Vulcans lover. I thought she was your lover. Mine? Oh no. She is Vulcans lover. This is my lover. Who are they? My wife. And daughter. They're in America. Now I remember. Your family is in the custody of the CIA. How long has Tatjana been here? Only a few weeks. A few days before the Virtuous mission then. She said that Khrushchev sent her. What did you just give her? All of the experimental data for the Shagohod. Why? It is essential that you destroy the Shagohod. I will. But first I have got to get you to safety. No. I'm not going. My mission is to rescue you. Leave me. Sokolov. What's going on with him? Khrushchev has abandoned me. I can't return to my country. I can't return to my country. I can't certainly be sent to the Gulags. What about the US? Yes, I once thought of that. My family is waiting for me there. But even if I fled to the United States, I would once again find myself creating weapons of mass murder. In the end, it doesn't matter where I go. I am still a weapons scientist. To be honest with you, I'm tired. Every day I help create things that should never be used. Things that should never have existed in the first place. Every day, without sleep. Without a word of praise from others. And my creations do not even benefit mankind. They are merely the tools of politicians. All I wanted to do was build space rockets. But it was not to be. The space race between America and Russia became the prey of politicians. The space race and the arms race are one and the same. Missiles, rockets, what's the difference? Scientists are always being used. Please, watch over my family. Oh shit. Oh shit. I could just quickly get out of here. Damn. Major, what are you doing here? I've been waiting for you in my room. Uh... Hey. Nochmal nachfassen? Weil mein Paket größer ist? Was ist dein Problem? Who are you? Don't play dumb with me. You think you can fool me, you're solely mistaken. I know the Major better than anyone else. Then we have a problem. I come here looking for Tatjana. And what should I find? But a greasy freebooter. Shit. What's up. What's up. What's up. What's up. Jawoll so ist gut. Oh nein. Was ist dieses Faerie-Diskuss? Ach, Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir am Arsch. Okay. Sie nennen dich der Boss. Was war das? Judo? Nein, es heißt CQC, eine grundsätzliche Form von knappen Quarterskombat. Er und ich haben ihn zusammen entwickelt. Schön. Ich nehme es von hier. Scheiße. So ein Gefühl, der wird nicht so mit unserem Umspringen wie der Boss. Ich habe ihm noch nichts getan. Er lebt doch... Oh, fuck. Tu was, Snake. Ich glaube, da gibt's irgendwie Spannung in der Familie, ne? Oh Gott. Boah. Oh. Oh. Das ist ein Betonschädel, der. Junge, du bringst mich besser um, sonst räche ich mich irgendwann dafür. Das verspreche ich dir. Oh Gott. Ich mag nicht hinsehen. Oh, scheiße, Mann. Oh Gott, das war's wohl für uns. Und jetzt habe ich so das Gefühl, wie sollen wir uns davon wieder erholen? Und vor allem, wir sitzen immer noch in seinem Griff fest quasi. Naja. Ich werde an dieser Stelle mal eine kleine Pause einlegen, denn wir sind jetzt schon fast drei Stunden am Spielen. Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Cliffhanger, nicht wahr? Also denn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es bleibt spannend. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.